So, hallo liebe Facebook-Freunde, kleinen Moment noch, ich muss noch schnell meinen Livestream teilen, in einer Gruppe von mir, dann geht's gleich los. So, mache ich schnell vom Handy aus, Optionen. So, hallo liebe Facebook-Freunde. So, der Livestream ist geteilt, jetzt kann es losgehen. Herzlich willkommen bei meinem Facebook-Livestream. Ja, die Feiertage sind vorbei, das Fest der Liebe und auch das Fest des Konsums, Weihnachten und natürlich der Geburt Jesu von der christlichen Seite her. Nur viele nutzen das als Familientreffen, als Fest des Konsums, der Besinnung, der Ruhe, was ja auch in Ordnung ist. So, ich habe gedacht, ich gehe mal so ein bisschen in einen kleinen Überblick, bevor ich auf das eigentliche Thema komme. Hier habe ich eine Grafik, ganz aktuell aus der Welt, wie im Moment gerade die Vermögen verteilt sind. Wir haben rund 6.200 Milliarden an Sparvermögen, an Guthaben der Deutschen. Natürlich sind die jetzt nicht gleichmäßig verteilt. Das wäre 77.000 Euro pro Kopf, also pro Rentner, pro Baby, also auf alle deutschen Staatsbürger, sage ich jetzt mal. Und 40 Prozent davon, diese 2.495 Milliarden, sind in Bargeld, Sparkonten und Tagesgeldkonten. Dazu nochmal 1.900 Milliarden in Versicherungen. Und die klassischen Versicherungen sind nicht vorgebundene Lebens- und Rentenversicherungen, sondern ganz klassische, festverzinsliche. Und da wird es immer kritischer. Die Versicherungen sind ja die größten Aufkäufer von Staatsanleihen, also Schuldpapieren. Das heißt, ich habe eine Forderung gegenüber einem Unternehmen, nämlich der Versicherung. Und meistens mit Laufzeit von 20, 30, 40 Jahren. Wenn ich eine Ausbildung starte, zum Beispiel mit 16 Jahren, dann mache ich eine Rentenversicherung. Und diese Forderung gegenüber dem Unternehmen ist wiederum hinterlegt mit einer Forderung gegenüber dem Staat, der sich die letzten Jahre, Jahrzehnte verschuldet hat, Garantien eingegangen ist und, und, und. Also ich möchte jetzt nicht auf die Versicherungen oder die Finanzindustrie eingehen. Ich habe mich 2007, Ende 2007 entschieden, bei der Versicherung nicht mitzumachen, bei einer Generalagentur, wo ich zwei Jahre dabei war, bin ich ausgestiegen. Habe dann natürlich sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt, was auf dem freien Markt alles so notwendig, nicht notwendig ist, sondern angeboten wird. Und die Frage, wie kann man sich vermögensmäßig, sparmäßig gut positionieren. Und da habe ich jetzt mittlerweile meine Partner gefunden, nach vielen positiven und auch negativen Erfahrungen. Und das gebe ich gerne im persönlichen Gespräch, im persönlichen Netzwerk weiter. Heute möchte ich kurz eingehen auf eine Sache, wo es um Gold geht. Ich habe mir das jetzt ein Dreivierteljahr angeschaut, war kürzlich im Dezember noch bei der Firma in Wien und möchte aber vorher noch mal kurz auf die Finanzen der Privathaushalte oder der Bürger eingehen. Wir wissen ja, dass die Deutschen keine Aktien- oder Investment-Experten sind, sondern Sparer vielleicht auch noch einen größeren Teil in Immobilien, wobei das auch für den normalen Kleinsparer oftmals auch nicht das Thema ist, die Immobilie, sondern eher für vermögendere Leute oder die auch genügend Bonität haben, um dann auch entsprechend Finanzierungen zu bekommen. So, dann habe ich gedacht, wo gibt der Deutsche im Durchschnitt Geld aus? Das sind, also ich habe jetzt mal nur ein paar Sachen rausgegriffen. Das sind Reisen. Außerdem, dann habe ich auch noch Lotto spielen, weil die Zahlen bei Statista geschaut, was die Leute für Lotto spielen ausgeben. Ich habe noch nie in meinem Leben Lotto gespielt. Ich war schon drei, vier, fünf Mal im Casino, mal ein bisschen gegambelt. Aber jetzt Lotto spielen, wöchentlich Lottoschein ausfüllen, hat mich noch nie interessiert. Das ist mir einfach vom Rationalen her die Chance zu niedrig. So, gehen wir kurz auf das Reisen ein. Die Deutschen sind ja Reise-Weltmeister und im Jahr 2018 haben die Deutschen 71,2 Milliarden Euro für Reisen ausgegeben. Ein hoher Prozentsatz, 20 Prozent waren es, glaube ich, die Reisen innerhalb von Deutschland, machen Urlaub in Deutschland und pro Kopf, also auch wiederum vom Kreis bis zum Baby, pro Kopf hat man 1.000 Euro im Jahr für Reisen ausgegeben. Das kann im Schwarzwald sein, das kann aber auch auf den Malediven sein. Das ist ein Durchschnittswert. Dann habe ich mal geschaut, was geben die Leute für Lottospielen aus. Die Gesamtsumme habe ich jetzt nicht notiert, aber es waren 9,7 Millionen, die unter 10 Euro im Monat für Lotto ausgeben. 10 Millionen geben 10 bis 25 Euro monatlich für Lotto aus. 6,8 Millionen geben 25 bis 50 Euro pro Monat für Lottospielen aus. Und 1,6 Millionen geben 50 Euro und mehr aus. So, jetzt wäre es natürlich noch interessant, wie die Statistik weitergeht, wenn es um 100 Euro oder 200 Euro geht. Weiß ich jetzt nicht, wie da die Zahlen sind. Aber es gibt Leute, und ich denke, die, die Lotto spielen, sind auch die, wo der Prozentsatz von dem Betrag, den sie für das Lottospielen ausgeben, gar nicht so gering ist. Also wenn ich ein kleines, monatliches, verfügbares Einkommen habe und dann auch noch Lotto spiele. Und dann habe ich noch geschaut, da habe ich jetzt nicht die Pro-Kopf-Ausgaben oder die Verteilung, aber für Tabak, für Räucherwerk wird im Jahr 2018 wurde 29,7 Milliarden ausgegeben in Deutschland. Gut, das war so ein paar Zahlen. Worum geht es jetzt heute? Es geht um eine Firma aus Wien, die heißt GGMT und die hat ein hochinteressantes Projekt. Sie bieten Gold im Rabatt an und zwar mit einer Lieferzeit von 6 bis 42 Monate und mit einem Rabatt von 10 bis 50 Prozent. Jetzt ist natürlich so, die verschiedene Player, sage ich jetzt mal, ohne da irgendwelche Namen zu nennen, weil ein Name ist bekannt, hat da was dagegen gehabt, dass diese Firma im Goldmarkt ansässig wird. Und sich etabliert und mit solchen Konditionen an den Markt geht. Welcher Goldhändler kann solche Rabatte bieten? Niemand. Warum? Weil er nicht den direkten Zugang zum Gold hat. Die GGMT ist ein Goldhändler aus Wien und kooperiert mit der Aulisio Mining Incorporation in Guyana. Und in Südamerika. Und dieses Mining-Projekt baut bereits Gold ab, verkauft auch Gold, also hat einen Cashflow. Und die Kooperation mit der GGMT, die natürlich aus dem gemeinsamen Projekt entstanden ist, aber rechtlich in zwei Firmen, ansässig in Wien und in Guyana. Die Kooperation lässt es zu, dass Gold mit Rabatt angeboten wird. Zusätzlich gibt die Firma Aulisio noch für jeden Goldkauf eine Gewinnbeteiligung gratis dazu. So, das hört sich jetzt ja zu gut an, um wahr zu sein. Und es war so, dass die Staatsanwaltschaft in Wien die Ermittlungen auf Hinweise hin aufgenommen hat. Und mir liegt das Schreiben vor, dass das Verfahren eingestellt wurde. Für mich eigentlich eine Auszeichnung für diese Firma. Es kam dann auch noch die FMA, die Finanzmarktaufsicht und die Finanzbehörden, das Finanzamt. Und hat die Firma natürlich gegängelt, was in Ordnung ist, wenn da irgendwelche Verdachtsmomente entstehen, dass man denen auf den Grund geht. Und es ist soweit alles eingestellt. Es ist sauber. Das war die Information der Firma, der Firmenleitung jetzt im Dezember, als ich in Wien war. Bei dem Treffen war vor Ort dabei der Rechtsanwalt, der als Treuhänder fungiert. Bei größeren Summen über 10.000, bei Bestellungen über 10.000 läuft es über den Rechtsanwalt, um auch den Geldwäscherichtlinien zu genügen. Und das Ehepaar der betreuenden Steuerkanzlei, die Inhaber der Steuerkanzlei, waren auch bei dieser Firma, bei diesem Weihnachtsevent jetzt in Wien dabei. Ich habe mich im März, glaube ich, dieses Jahres bei der Firma registriert und habe dann eine erste kleine Bestellung gemacht, auf sechs Monate Lieferzeit, wurde auch alles korrekt ausgeführt und danach habe ich mich weiter mit dem Thema befasst. Ich habe das also erstmal so ein bisschen aus der Ferne beobachtet und jetzt, nachdem ich vor Ort war in Wien, habe ich wirklich das Vertrauen in die Firma gefasst und auch die Überzeugung, dass ich jetzt auf einem Facebook-Livestream auch Gesicht zeige für diese Firma und an die Öffentlichkeit gehe damit. Jeder kann als Kunde sich registrieren oder als Partner und als Partner kann er auch das Ganze weiterempfehlen. Das Goldgeschäft ist zulassungsfrei und am Anfang gab es noch die Möglichkeit, dass man das Gold, was man kauft und mit einer Lieferzeit von sechs Monaten oder zwölf Monaten dann bekommt, dass die Firma das wieder zurückkauft und man das Geld überwiesen bekommt. Das habe ich am Anfang gemacht, nach sechs Monaten. Das wird aber jetzt nicht mehr gemacht, damit man nicht in Gefahr läuft, in ein Finanzprodukt oder Bankengeschäft reinzulaufen. Es wird also nur Gold bestellt und ausgeliefert. Wenn ich dann entscheide, dass ich das Gold verkaufen möchte, dann gehe ich zum nächsten Goldhändler oder ich warte noch, bis der Preis steigt und warte auf einen günstigen Moment. Dann verkaufe ich das Gold und ich kann ja dann auch wieder, wenn der Goldpreis mal einen Rücksetzer macht, kann ich ja wieder Gold bestellen. Jedes Mal, wenn ich bestelle, bekomme ich einen Goldrechtanteil und da rechnen wir im Moment bei der Fördermenge, bei den Gewinnverhältnissen, beim Goldpreis. Aktuell rechnen wir mit 50 Prozent zusätzlichen, gesetzlicher Ausschüttung jährlich auf meine getätigten Goldkäufe. So, das muss man sich jetzt mal in Ruhe zu Gemüte führen und dafür ist auch dieses Video, was ihr in dem Post auf dem Livestream mit verlinkt habt. Schaut euch das mal in Ruhe an. Ich habe auch in meinem letzten Livestream eine Verlinkung zur Seite der Vertriebsdirektion, die ganz viele Videos drauf hat, wo jetzt im November eine Gruppe in Guyana war und die den Goldabbau besucht hat im Dschungel und im nächsten Jahr gehen auch wieder Partner und Kunden nach Guyana, um das Projekt sich vor Ort anzuschauen, Dokumente einzusehen, die Registrierungsurkunde der Firma, die Goldrechte, also die Abbaulizenz und so weiter. Das ist also alles bestätigt. Und jetzt gibt es noch bis Ende des Jahres Einführungskonditionen und zwar sicher studiert dieses Goldrecht, diese Gewinnbeteiligung bereits mit einer kleinen Bestellung von 2, 3, 5, 10 oder 100 Gramm. Mit einer Lieferzeit von 6 Monaten bekommt man dieses Goldrecht dazu, die Gewinnbeteiligung auf deinen Goldkauf und ab Januar braucht es eine Bestellmenge von mindestens 150 Gramm plus eine Lieferzeit von 18 Monaten. Man hat natürlich die Leute, die dem Projekt am Anfang Vertrauen geschenkt haben, belohnt, dass sie diesen Vertrauensvorschuss gegeben haben und irgendwann gibt es halt eben diesen Schnitt, wo man dann in ein normales, geregeltes, etabliertes Geschäft übergeht und da gibt es für Kleinanleger, für Kleinbesteller gibt es jetzt keine Goldbeteiligung mehr, nur ab 150 Gramm. Deshalb, nimm dir jetzt die Zeit, freut mich, wenn du bisher noch bei diesem Video dabei bist, ich mache noch ein paar Minuten, also mehr als 15 Minuten wird es nicht, nimm dir die Zeit, dich damit auseinanderzusetzen. So, jetzt gehe ich mal in die Bestellmaske rein, ich empfehle also jedem, sich als Partner zu registrieren, damit hast du ein fix und fertiges Geschäft, was du benutzen kannst und damit auch zusätzlich natürlich noch Gewinne und Einkommen aufbauen kannst. Ich sage es gleich am Anfang, du bekommst für direkte Partner, für deren Bestellvolumen bekommst du 10%, für die Partner, deiner Partner bekommst du 2% und in der Ebene 3 bis 7 bekommst du 1%. Sobald du 50 Partner in deiner Struktur oder Kunden in deiner Struktur hast, in deiner Verkaufs- oder Kundenorganisation, bekommst du 1% auf jede Ebene dazu. Jetzt gibt es Leute, die fangen an zu rechnen, ja, durch die Gewinne aus dem Goldprojekt kann man diese Vertriebskosten locker abdecken. Also ihr müsst da gar nicht jetzt irgendwie Kommentare schreiben, die Vertriebskosten sind zu hoch und es ist ein Schneeballsystem und es funktioniert nicht. Diese Themen habe ich natürlich zu Genüge mir angeschaut und ich habe auch meine Partner, über die ich eingestiegen bin die letzten Monate, wirklich so genervt und immer wieder eine gewisse Skepsis an den Tag gelegt, bis dann der Partner meines Partners gesagt hat, also weißt du was, Stefan, ich kann dir nicht helfen, wenn du kein Vertrauen in das Projekt hast, dann mach bitte nicht mit. So, jetzt kam noch ein Skype-Call rein. Also, mach bitte nicht mit. Und ich war dann jetzt noch in Wien und das hat mir jetzt wirklich das Vertrauen auch gegeben. Moment, ich mache mal schnell meine Skype. Aus, sonst kommt noch mal ein Skype-Call rein, das habe ich vergessen. Aber, jetzt zeige ich dir, wie das Ganze in der Registrierung aussieht. Du gehst hier rein. Ich habe das jetzt alles schon mal hier vorbereitet. Also, du musst einfach deine Daten eingeben und jetzt mache ich das mal für Deutschland. Ganz wichtig, ihr seht hier, man kann sich in vielen Ländern, kann man sich registrieren. Das heißt, du kannst natürlich auch deine Partner oder dein Kontaktnetzwerk international damit ansprechen und kannst Leuten auch die Geschäftsmöglichkeit offerieren. Ja, und also wirklich hochinteressant, auch in Thailand. Ich habe jetzt gerade heute meinen Partner Uwe Klemm. Servus Uwe und servus Freunde und Teampartner von Uwe nach Thailand. Wir waren ja dieses Jahr in Thailand mit unserer Forex-Trading-Thematik und wir werden auch wahrscheinlich nächstes Jahr wieder nach Thailand gehen. Ich sage es jetzt hier öffentlich auf Facebook und ich sage es auch für dich und deine Partner Uwe, mein Ziel ist, in Thailand das größte Team an Mitgliedern und an Umsatzvolumen bei GGMT aufzubauen. Ja, wir haben das Potenzial, wir haben hier ein Top-Unternehmen und die Frage von einem Partner jetzt aus Thailand heute Morgen war, wie kommt das Gold von Österreich, weil das von Österreich aus alles versandt wird, wie kommt das nach Thailand? So, wenn wir in einem Land ein größeres Team aufbauen, dann wird mit einem lokalen etablierten Goldhändler aus diesem Land kooperiert. Dort wird dann das Gold bezogen. Das Gold, was in Guyana abgebaut wird, wird an die Regierung verkauft. Somit hat man im Land auch einen sehr schnellen Cashflow und es wird kein Gold exportiert, in Raffinerien gebracht, geschmolzen, Barren geprägt und so weiter. Sollte mal eine Knappheit vorkommen, die nächsten Jahre, weil ein Run auf Gold stattfindet, dann kann man immer noch das Gold aus dem eigenen Projekt in eine eigene Prägung bringen und kann das dann verteilen. Im Moment ist es logistisch und von der Abwicklung her einfacher, dass man jetzt zum Beispiel in Europa mit einem etablierten Goldhändler aus Wien kooperiert und in anderen Ländern dann nach und nach Kooperationen aufbaut. Das heißt, wir haben uns jetzt auch, wir haben jetzt die Chance, uns zu positionieren, zum Beispiel für Thailand. Und es gibt ja unheimlich viele Auswanderer, Schweden, Norwegen, Finnen, Engländer, Deutsche, Schweizer und so weiter, die in Thailand leben. Und da haben wir eine geniale Möglichkeit, die Leute auf das Projekt aufmerksam zu machen, auf die Möglichkeit, Gold zu beziehen, plus diese Gewinnbeteiligung Jahr für Jahr zu bekommen. Weil viele Auswanderer, die jetzt in anderen Ländern sind, ob das Thailand oder auch andere Länder sind, Spanien oder wo auch immer, die müssen doch nach und nach immer wieder was dazu verdienen und suchen auch nach Möglichkeiten, um das Gehalt oder die Rente aufzubessern. Oder wenn man als Frührentner früher aussteigt, dann ist doch immer wieder auch interessant, wenn man seinen Lebensstandard noch ein bisschen weiter hochschrauben kann und sich noch eine zusätzliche Einnahmequelle aufbauen kann. Gut, ich gehe jetzt wieder hier auf Deutschland zurück. So, also ihr gebt hier eben eure Daten ein und dann kommt ihr auf diese Seite und jetzt ist ganz wichtig, vor 31.12. müsst ihr noch eine Bestellung über 100 Euro machen. Das heißt, ich mache jetzt hier mal eine Bestellung von 5 Gramm Gold auf 6 Monate. Ich kann auch auswählen, 12 Monate, 24 Monate, wenn man das Ganze als Altersvorsorge sieht, dann kann ich zum Beispiel auch sagen, ich kaufe jetzt 5 Gramm Gold, die kosten normal 227 Euro mit 50% Rabatt. Dann bin ich bei 113 Euro und für diese Summe, die ich investiere, bekomme ich auch das Goldrecht. Und das hier jetzt ist nur ein Einstieg. Ihr könnt die nächsten Monate dann euch ganz in Ruhe die Firma anschauen, Webinare anschauen und so weiter, bevor ihr dann sagt, okay, ich bin jetzt von dem Ganzen überzeugt, ich kaufe mir jetzt 100 Gramm mit Lieferzeit 6 Monate, dann bin ich halt bei 3.800 Euro. Und bevor jemand 3, 4, 5 oder 10.000 Euro in die Hand nimmt, möchte er das natürlich auch mal testen und die Firma genauer kennenlernen, bei einem Webinar mit dabei sein, wo er auch den Geschäftsführer kennenlernt und so weiter. Also das steht jetzt jedem frei, wie er das Ganze wählt. Wichtig ist jetzt noch, vor 31. Dezember eine Erstbestellung zu machen und machen wir zum Beispiel hier mal 2 Gramm, dann bin ich bei, dann können wir noch, machen wir noch was dazu. Ist eigentlich jetzt nicht so wichtig, aber ich mache das mal ein bisschen, dass ihr seht, wie das Ganze läuft. 6 Monate und dann bin ich hier bei 165. Wenn ich jetzt weitergehe, dann seht ihr, dass hier noch eine Versandkostengebühr dazu kommt mit 12 Euro und dann geht ihr auf Weiter. Und dann klickt ihr hier auf Überweisung. In Zukunft wird man auch per Bitcoin bezahlen können. Das ist jetzt im Moment noch nicht online. Es geht aber schon, aber es ist noch nicht im Online-Menü drin. So und dann gehe ich auf Registrierung, Bezahlung und das war's. Ihr bekommt danach zwei E-Mails, einmal eine mit der Bestellbestätigung, wo dann auch die Bankverbindung drauf ist und euer Rechnungsbetrag. Diese überweist ihr nach Österreich und dann bekommt ihr eine zweite E-Mail mit euren Zugangsdaten und da könnt ihr euch dann einloggen. Habt auch oben links schon euren Empfehlungslink und könnt direkt weiterempfehlen. Ihr könnt gerne auch auf mich zukommen, wenn ihr Unterstützung braucht. Ich bin da für euch da und dieses Geschäft ist jetzt eines meiner Standbeine, wo ich 2020 meinen starken Fokus drauf lege. Ich habe jetzt mittlerweile die Überzeugung und die innere Gewissheit, dass wir da ein sehr, sehr gutes Geschäft an der Hand haben, dass wir verlässliche Partner an der Hand haben und ja, das war das, was ich euch jetzt heute mitgeben wollte und ich gucke nachher jetzt dann noch die Kommentare durch. Schreibt mir direkt per Messenger oder schreibt mir was in die Kommentare und wenn ihr Fragen habt, ich stehe zur Verfügung. Ich habe jetzt zwar noch ein bisschen Arbeit, heute und morgen und am dritten geht es ein bisschen in die Ferne. Ich werde mich aber auch da mit Livestreams dann bei euch melden und werde auch da online zur Verfügung stehen. Ihr seht dann, wo es hingeht und werde auch berichten, um was es dann dort geht. So, es wurden jetzt 25 Minuten. Ich hoffe, ihr habt es bis zum Schluss angeschaut. Klar, sonst wärt ihr jetzt nicht mehr hier. Dann brauche ich das auch nicht erwähnen. Und wie gesagt, kommt auf mich zu, registriert euch heute oder morgen oder am Montag und macht noch eine Erstbestellung und informiert noch so viele wie möglich. Wie gesagt, jetzt habe ich auch gesehen, der Joe ist dabei aus Thailand. Servus. Wenn jemand jetzt über, den ich über den Uwe kenne, Uwe Clem, geht auf den Uwe zu, weil er ist jetzt schon mit dabei. Ganz wichtig ist es auch mir im Vertrieb und im Network, dass ich niemanden umgehe. Wenn Leute über Kontakte, über Kontaktnetzwerke kommen, dann verweise ich auch immer wieder darauf zurück. Und so können wir gemeinsam wirklich da jetzt eine Energie aufbauen und Fokus aufbauen. Nutzt die Zeit jetzt noch, wenn ihr nicht die Füße hochlegen wollt, bis Silvester, nutzt die Zeit, euch zu informieren. Kommt auf mich zu. Ich mache dann auch mal für Partner, die sich jetzt registrieren, mache ich auch mal einen Zoom-Call, wo ich alle Fragen beantworte, wo ich vielleicht noch einen Partner von mir mit reinnehme. Und da komme ich aber dann direkt auf euch zu. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit euch und lasst uns 2020 richtig was aufbauen. Die Firma hat jetzt in ihrem Startjahr 5 Millionen Umsatz gemacht. Nächstes Jahr werden es wahrscheinlich 50 bis 100 Millionen, vermute ich. Das ist absolut realistisch, weil viele sind jetzt mal sehr zaghaft rangegangen, genauso wie ich, und haben sich das sehr genau angeschaut, skeptisch angeschaut und so weiter. Und ihr könnt jetzt dann loslegen und dieser Effekt, dieser Multiplikationseffekt, also 50 Millionen, bin ich mir ziemlich sicher, dass nächstes Jahr erreicht werden. Servus, Harald. Grüß dich. Gruß nach Lilze. Und die, die jetzt später gekommen sind, wir machen jetzt Schluss. Dann könnt ihr euch nochmal in Ruhe anschauen. Ich freue mich, wenn ihr auf mich zukommt. und falls man es nicht mehr hören, wünsche ich schöne Silvester, lasst es gut knallen. Ich bin kein Feuerwerker, aber feiern ist super. Und gute Rutsch euch und ein tolles 2020. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. 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 Ciao.